Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Eppler ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review oder der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal wieder um einen Bluetooth-Lautsprecher. Und zwar einen, der waterproof ist, also wasserresistent, sage ich mal. Nicht komplett wasserdicht, aber so im Großen und Ganzen in der Dusche hängen kann. Und zwar mit Saugnapf, wie wir hier schon so sehen. Der kommt in der stylischen Verpackung daher. Hier ist es unten abgebildet und so sieht er von oben aus. Sieht so aus, als wenn er irgendwo mal an der Stange hing zum Verkauf. Und kommt, wie gesagt, in einem Cube daher. So, jetzt seht ihr natürlich erstmal, haben wir hier schwarzen Klavierlachs, so wie das Ganze hier aussieht. Und eine gummierte Tastenoberfläche, wo wir natürlich vor, zurück, minus, also leise, laut, einschalten, ausschalten und Telefonannahme drin haben. So wie hier oben, nehmen wir den mal raus. Das haben wir da. Müsste der Micro-USB-Eingang sein. Oder ist das etwa Klinkenstecker? Klinkenstecker könnte das sein, durchaus. Und hier unten muss ja dann irgendwo noch Micro-USB sein. Wo ist denn der jetzt? Oder Moment, ist das etwa der Ladestecker? Sieht der etwa anders aus? Kriege ich das hier nicht raus? Das ist ja auch eine Sache. Guck mal einer an. So, ein paar Mal geworfen, kommt es von alleine raus. Da ist der Speaker, abgebildet. IP67 hat er. Er ist also staubgeschützt und wassergeschützt. Dann eine eingebaute Batterie, das haben wir ja auch so erwartet. Eingebautes Mikrofon und als Freisprecheinlage ist der natürlich nutzbar. USB-Charger. Gucken wir mal, ob der hier... Alles klar. Okay, habe ich mich vertan. Das ist kein Klinkenstecker. Wäre auch sinnfrei. Wenn man hier nämlich einen Klinkenstecker oben rein machen würde, dann hätte man ja nicht die Wassereigenschaft gegeben, beziehungsweise wäre es ja nicht wasserdicht. Also kommt der hier so rein. Dann wird das Ganze aufgeladen über USB. So funktioniert das also. Okay. Wenn man geladen hat, stöpselt man wieder drauf. Zack, dann kommt der an die Wand ran und dann hält der auch und dann ist der dicht. Kann man das hier abziehen? Ne, sieht nicht so aus. Auf jeden Fall ein riesengroßer Saugnapf. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier schaltet man den wie gesagt ein. Und ansonsten haben wir richtig schön... Also der fühlt sich auch ganz glatt an. Also richtig wie Klavierlack. So, wer die Playstation 3 kennt, all glatt. Nicht schlecht. Ist auch nicht gerade schwer. Steht hier eine Grammarzahl drauf? Ne. Vielleicht steht es ja hier in der Anleitung weiter drin. Wir haben auf jeden Fall eine 650 mAh Batterie eingebaut. Und er lädt drei Stunden ungefähr. Und sechs Stunden spielt er das also ungefähr wieder ab. Je nachdem wie die Lautstärke wahrscheinlich dann ist. Hier ist nochmal alles erklärt. Aber das brauchen wir eigentlich nicht weiter lesen, weil es sich immer von selbst erklärt. 100 Hertz. Okay, 100 Hertz bis 2,4 Gigahertz. Das kann nicht sein. Aber 100 Hertz bis, denke ich mal, 20.000 Kilohertz wäre schon möglich gewesen. Also 100 Hertz ist ja dann die Bassfrequenz, wie viel der wiedergibt bei 3 Watt. Die hat er drin. Und er arbeitet im Umkreis von 10 Metern. Das Pairing müsste ja wieder so funktionieren, wie wir das eigentlich kennen. Genau, das blaue und das rote Licht müsste dann... Ne, das LED-Light Blinks. Achso, in blau. Okay, hier ist es also nur, dass das blaue Licht blinkt. Das müsste ja dann hier eigentlich sein. Ach, da ist es. Okay, ich dachte, dann ist das das Mikrofon. Da sieht man es blinken. Es blinkt jetzt rapid. Also denke ich mal, wird es jetzt gleich connected werden. Das machen wir mal. Ich habe da noch ja auch nichts gemacht. Bluetooth. So, nach Geräten suchen. My Speaker F012. Das ist er. Müsste sich jetzt gleich anmelden. Das gute Gerät. Und dann haben wir den auch schon in der Pairing-List. Pairing dauert eine Weile. Ja, da ist er dabei. Sehr schön. Jetzt ist er verbunden. Und dann müssen wir mal gucken, da der Sound nach unten rausgegeben wird. Also, ich denke mal größtenteils hier unter dem Saugknopf. Und nicht mal hier so, weil hier ist es eigentlich nicht durchlässig. Weil man den jetzt so anhängt in der Dusche. Hm. Na gut. Von oben kommt das Wasser. Naja, das kann man ja alles mal dann ausprobieren. Ich werde es jetzt hier nicht zeigen, weil das ist einfach zu riskant, wenn der Speaker dann doch mal kaputt geht. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde ihn zum Beispiel nicht unter strömendem Wasser anbringen. So, dann schauen wir mal ganz kurz drauf. No Copyright. Aha. Okay. Jetzt brauche ich bloß gedrückt halten. Warte, lauter. Okay. Meldet sich auch wieder, wenn er ganz laut geworden ist. Das war es dann schon wieder an der Stelle. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Lautstärke haben wir hier. Hälfte gerade mal. Das ist ja noch nicht doll. So, schauen wir mal. Spulen wir mal kurz rein. Und dann lassen wir den mal auf volle Lautstärke kurz mal laufen. Und dann lassen wir den mal auf volle Lautstärke kurz mal laufen. Okay, der vibriert, der vibriert ganz gut, hat aber jetzt vom Hören her nicht so einen überwältigen Bass, was bei 3 Watt auch kein Problem ist. Dafür ist er aber sehr kompakt und er soll ja auch relativ wasserdicht sein. Und der Sound geht nach unten raus. Genau nach da. Klare Töne auf jeden Fall. Und vibrieren tut er wirklich gut. Aber da kann man natürlich jetzt keine Wunder erwarten. Machen wir mal kurz den Bass-Test hier an. Beziehungsweise hier im Moment, wo haben wir es denn hier, die Signalfrequenz. Habe hier so einen Test drauf. Der läuft dann hoch von 20 Hertz. 32, da hört man langsam was. Natürlich nicht gerade die Welt, aber er fängt an zu vibrieren. So langsam ist es hörbar, ab 50 Hertz. Da darf man die ja auch nicht mit schrotten. Ich habe jetzt volle Lautstärke einfach mal eingestellt. Nicht, dass er gleich anfängt zu qualmen. Also bei 80, bei 90, bei 100 Hertz. Bei 100 Hertz vibriert er auf jeden Fall sehr gut. Na nun? Wollte gerade sagen, muss doch mal Pause gehen. Ja, wie gesagt, also das funktioniert alles ohne Probleme. Pairing geht sehr schnell. Die Musikqualität ist für die Dusche auf jeden Fall ausreichend. Beziehungsweise für die Feuchtigkeit im Badezimmer. Und den kann man ja mal dann, hier mal gucken, ob der an der Schrankwand hält. Mal gucken, wie lange ist ja Holz. Da hält das Ganze eigentlich nicht so gut. Aber es funktioniert trotz alledem, wie man sieht. Und der Magnet, der saugt, hat auf jeden Fall eine gute Kraft. Und wenn man das an Fliesen macht, also an der glatten Oberfläche, dürfte der also nicht runterfallen. Der fällt ja auch nicht runter, bin ich ja begeistert. Und sogar am Holz hält der auch vielleicht nicht ganz bombenfest. Ich würde dafür meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Wenn er jetzt runterknallt, ist es zu spät. Ja, das war dann einfach mal der Bluetooth-Lautsprecher. Im wasserdichten Modus. Beziehungsweise Wasser, 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 Water. Ich will mal Water sagen. Wasserresistent. Coole Sache eigentlich an der Stelle erstmal. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder AppReview. Bis dahin, auf Wiederschauen. Vielen Dank.